Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video oder auf Filipino Maligayang Pak Dating. Ich gucke mir die philippinische Boy Group an und zwar SB19. Zu SB19 haben wir schon einige Reactions gemacht, zu Tila, Lua, Go Up und All Up. Und ihr hattet so viel in den Kommentaren geschrieben und dachte ich mir, okay, nehme ich eins davon und zwar SB19, BTS Cover, Boy With Love and Idol. Okay, Idol ist one of my favorite songs. Okay, ich bin gespannt. Die Gruppe ist sehr talentiert, tanzen können die super, ich bin hier deswegen so gespannt, was die drauf haben. Ich würde sagen, ich soll anfangen. Oh, ich finde der Hintergrund sieht's gut aus. Wow, sieht's super aus. Und die 5 Numbers. Cool. Oh yeah, oh yeah. Das war funny. Also ich mag den sehr. Ich hatte auch so ein K-Pop-Cover-Video von denen angeschaut gehabt, wo sie die Complication gemacht haben. Da hat der mir sehr gut gefallen, der hat sehr gut getanzt. Oh mein Gott, der hat geile Schuhe. Oh mein Gott, ich will die haben. Heißt der Josh? Der ist auf jeden Fall voll cute. Oh yeah. Idol. Oh. 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 Äh, hat nichts mit dem Video-Leads zu tun, aber seine Schuhe sind auch. Ich will solche Schuhe kaufen. Das war schön. Wow, sehr schön. Wow. Sie singen auch sehr gut. So. What? What? Wie hoch bekommt er sein Bein? Das ist kuuut! Hey! 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 Oh! Oh! Was hat er nicht getan? Was hat er nicht getan? Was? 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 Das war echt, das war echt, jetzt mische ich schon Englisch und Deutsch. Ne, das war echt gut, hat mir echt gefallen. War schön. Wir haben echt viel davor. Welches Video soll ich mir als nächstes anschauen? Schreibt es in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, die Reaktion, lasst ein Like da. Abonniert für weitere Reaction-Videos und guckt euch die anderen SB19 MV Reactions an. Und ja, dann sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.